Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 auf der europäischen Marsch, wir düngen jetzt Kalk, wir düngen die Kalken jetzt Feld 1, so ist richtig, und dann beginnen wir die Hernte auf Feld 13. Die Kalken unddottet, Kurs ist eingestellt, selber abholen, schauen wir, dass die Kurve kommt, der Rapschkauf, der Verkauf hat ein bisschen eingebracht an Geld. 80.000 ist die Reich für weitere, am Anfang der Stadt. Also heißt es nochmal, ganz schnell, zu ernten, mitverkaufen, und dann, 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% Okay. Grundstall 713 Schreitwecherballe Das könnte so sein Schreitwecherballe Verw praised Sprecherbuff 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 So, da sind wir. Mal wieder ab. Oops. Mix. Das war knapp. So. Schönes Feld. Richtung. Gleich. So. 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 Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Hier ist die Wachstumstufe, aktuell bei Gras. Mittlerweile erdereif, doch super. Volle Stufe. Das heißt, sofort die nächste Aufgabe stellen. Das heißt, Garage. Quatsch. Jetzt wird's gut. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Rundballen. Quaderballen. Mal genau angucken. Da das Rundballen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es geht zurück in die Vorstadt. Spannend. Das kann man hier beim nächsten Mod-Page-Packen. Das ist einfach so. 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 Das war's für heute. so Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Eine Runde ist er gefahren. Zum Beispiel... Das Ding geht auch um der Zapfenwelle... Anschluss... Ja... Das Ding geht auch... Vor allem... Jetzt brauchst du nicht mehr aufsehen... Jetzt brauchst du nicht mehr aufsehen... Einmal drin... Das ist gut... 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 Das war's. Ich würde mich mit meinem Leibfreund. 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 Ich würde mich mit meinem Leibfreund.